Im Mai 2022 machte die 22-jährige Tochter von Sylvia Wollny, 58, ihre Liebe offiziell. Jetzt, fast zwei Jahre später, scheinen die Zeichen klar auf Trennung zu stehen. Fakt ist, zwischen den beiden einstigen Turteltauben kracht es gewaltig. Während die Doppeltlaut-Interpretin zu den Schlagzeilen bislang schweigt und auf ihrem Instagram-Kanal kaum noch Persönliches über sich preisgibt, zeigt sich RTLZWI in Plaudas Laune. In einer Pressemitteilung zur neuen Staffel heißt es, Estefania und Ali hadern, mit der Fernbeziehung zwischen Deutschland und der Türkei. Zusätzlich hält die Eifersucht die 22-Jährige fest im Griff. Weil Ali bis heute noch kein Visum erhalten hat, scheint auch ein dauerhaftes Zusammenleben im niederrheinischen Rathheim, wo der Kern der Großfamilie in einem umgebauten Gasthaus lebt, bis auf weiteres unmöglich zu sein. Kann ihre Liebe dieser Belastung standhalten? Das fragt sich inzwischen nicht nur der Münchner Privatsender, obwohl er die Antwort darauf bereits kennt. Schließlich sind die neuen Folgen abgedreht. Um keine Inhalte der kommenden Staffel zu spoilern, wird sich Este wohl auch weiterhin bedeckt halten, was ihren Beziehungsstatus angeht. Doch es gibt noch weitere verdächtige Indizien. Am Valentinstag postete sie in ihrer Story ein Foto von einem Rosenstrauß, verlinkte darauf aber lediglich Schwester Sarafina, 29. Dazu war im verknüpften Song auf dem Weg die Zeile zu hören. Meine Welt ist so abgefuckt. Zudem hat Estefania inzwischen auch alle Pärchenfotos mit Ali von ihrem Profil gelöscht. In Influenza kreisen eigentlich ein klarer Hinweis auf mächtig Ärger im Paradies. Außerdem ist die Wollni-Tochter dem Barkeeper entfolgt. Ist die Sommerliebe also längst erloschen? Dass die Blondine plötzlich alle Kuschelmotive mit Ali von ihrem Kanal verbannt hat, muss nicht zwangsläufig auf eine Trennung hindeuten. Denn leider sahen sich die Wollni-Schwestern in den sozialen Netzwerken auch immer wieder mit Rassismus konfrontiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017